ok leute ich war jetzt hier gerade beim diner und wir fahren heute eine besondere fracht ich weiß auch noch nicht genau was na ja ich habe ihn jetzt hier erst mal mein truck möchte erst mal morgen dann ein bisschen weitermachen auf vielleicht ein paar minuten so ich chill jetzt hier noch ein bisschen muss ruhezeit machen irgendwie wahrscheinlich ein bisschen hin und ruhig ein bisschen aus und ich habe jetzt ein bisschen ruhezeit gemacht ich sehe ich sitze auf jeden war schon wieder im fahrersitz ich habe schon mal die lichter angemacht und so jetzt fahren wir mal die ware hier weiter es sind auch inzwischen hier gar keine leute hier mehr da vorhin bin bevor ich hier beim diner war waren auch ein paar leute hier sind wahrscheinlich schon alle losgefahren andere frachten abliefern aber wir sind hier noch da und darum sollten wir jetzt auch mal langsam losfahren der lkw kann hier aktuell nur 100 kmh fahren vielleicht ist die ware auch etwas schwerer da ich wollte nur unseren support bedanken weil ihr wirklich krass videos geliked habt kommentiert habe ganz fleißig freut mich auf jeden fall und lasst mal gerne kommentare ob ich mehr farming simulator in der zukunft machen soll ich finde das game ultra geil zum aufnehmen es macht ultra viel spaß im schneiden ich finde allgemein das 17er ist sehr 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 das spiel halt nicht mehr so viele und ich finde es halt mal schön so die etwas älteren spiele auch mal zu spielen die verbrauchen jetzt auch nicht zu sehr leistung von der aufnahme gibt es auch sehr sehr viele coole mods auf jeden fall finde ich es ganz schön farming simulator aufzunehmen es macht sehr sehr viel spaß euch mal mitzunehmen wo wir jetzt überall hier ist alles so langs fahren lkw fahren wie eure truck simulator und wir sind jetzt hier auch gleich an der stelle da wo der unfall ja in der letzten folge war ja dann lass mich hier mal ja ich hieß auch baumbeber da können wir dann hier jetzt auch langsam hochfahren so die ware können wir dann auch erst beim hafen sehen aber wir sehen es gleich auch hier die ruse da aber ich bin schon richtig gespannt wir können mich schon mal vorsichtig runterfahren ich habe auch sorgen dass die ware vielleicht kaputt geht aber hoffe ich jetzt mal nicht zu sehr was war denn das jetzt ich habe auch sorgen dass die ware vielleicht kaputt geht aber der lkw anhänger oder so oder und ist auch die polizei außen stelle hier da unten ist es auch gleich auf der hafen kommen weil sie mal lieber etwas langsamer durch die gegend wobei wir wahrscheinlich sehr zerbrechliche ware haben hoffe ich war nicht aber sicher ist sicher wir machen schon mal rundum leuchten an weil ich sehe es schon gleich den zug in mir rein rasen und zwar kein gescheiter deutscher satz aber wir müssen jetzt gleich auch abbiegen und ich sehe es gleich kommt dazu ja ich habe gesagt ich hatte noch so glück aber ich habe es ja gesagt aber hier ist der bauhoff lieber ding ich verstehe ich verstehe ich warum beim hafenbau feber hin steht da steht man nicht nicht hin steht aber wir können sie mir zwar einen guten spot zum parken heraussuchen so und dann müssten wir auch die morgen die ware öffnen dürfen oder anschauen und dann schauen wir mal was da drin ist und was sie bisher jetzt gesehen habt es war alles gestern geschnitten ich habe das video um zehn uhr aufgenommen und habe zwei stunden geschnitten wir haben es ab 9 uhr 11 und ich schneide immer noch weißer also wenn ihr jetzt noch kein like gelassen habt lassen ich bin auch komplett müde und schneide ist einfach für euch also ich bin dann wieder mal weg vom schnitt die parken auch so dass hier noch neben uns andere lkw zu können dass wir hier in dem mittelpunkt stehen oder allgemein da können wir den hier abstellen und dann fahren wir wahrscheinlich etwas anders hier rum aber so dann können wir sie auch rundum leuchten ausmachen und mal die lichter ausmachen und motor ausmachen und wir sehen uns dann morgen so wir haben es ja auch unsere rechnungen bekommen wir sind auf jeden fall zeit hier morgen haben gerade ein bisschen geschlafen ich bin schon mal hier ein bisschen meine beine vertreten gewesen und ich schaue mal jetzt können wir mal das ding aufmachen und er fährt zu schon wieder direkt ja ich dachte wir fahren was zb ist weil das ist so ein auto ist alter ich fache ein ferrari hier kostet eine halbe million das ist ja schon klar wir müssen jetzt hier runter fahren wir gehen jetzt mal auf was kann es sound ähh ähh was da ähh warte mal ohhohohohohohohohoho Alter dieser sound oh mein gott yo alter schreib jemals in den kommentaren was ihr dazu findet einfach das auto ist auch sehr tief gelegt schauen wir mal Ja, okay. Oh mein Gott, Alter. Ey, mit 20 km Arsch und dieser krasse Sound, ne? Oh mein Gott. Geiles Auto auf jeden Fall. Gönnt euch das einfach. Geiles Auto auf jeden Fall. Krass. Wir haben natürlich einen neuen Tag und deswegen schauen wir mal dann auch, was für Aufträge wir haben. Ich hoffe auch einen geilen Auftrag. Und dann schauen wir jetzt einfach mal. Okay, ich bin jetzt hier schon mal im Genü hier. Und da können wir jetzt hier mal schauen. Ah, okay. Ähm, wir können auf den Felder schauen. Okay, aber haben wir hier auch perfekte Karte. Das wollte ich eigentlich wissen. Ich habe jetzt 6.000 Euro für ausgegeben. Hier ist ja der Bauernhof, ne? Und da haben wir Dirt von der Bauschule hier unten dann hier so reingelagert. Und der heutige Auftrag ist, mit den LKW einen Anhänger abzuholen, wo wir dann mit dem Anhänger dann den Dirt abverkaufen bei einer anderen Farm, die Dirt irgendwie annimmt. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ganz geil. Da können wir auf jeden Fall Dreck verkaufen. Hoffentlich ist er auch ein sehr guter Preis. Ähm, ja, da fahre ich jetzt mal und schaue mal, wo dieser eine Anhänger ist, den wir brauchen. Das ist mal überein, weil sonst sind wir über dem Zeitlimit. Wir müssen um 8 Uhr schon den Anhänger haben. Okay, rein theoretisch. Ja, genau hier steht er. Perfekt, aber der hat keine Anhängerkupplung. Wir brauchen einen mit Anhängerkupplung. Oh! Ich habe uns hier einen ganz kleinen, ja, wie soll ich sagen, Anhänger gekauft. Ja. Und der soll über 100.000 Liter betragen, reinpassen, Dings, die wir schon. Und dann habe ich mir überlegt, ja komm, warum kaufen wir nicht direkt den? Weil der ist für Anhänger okay. Die Reifen passen sehr gut zum LKW hier. So, was habe ich gesagt? Warte mal, können wir damit wirklich auch, was ist der Teuerste? Ja, wir können auch Dirt lagern. Okay, und damit fahren wir jetzt zur Farm und holen Dirt. Und wir haben sogar vor 8 Uhr schon den Anhänger, also überpünktlich würde ich mal sagen. Und wenn wir vor 8 Uhr da sind und uns eingeladen haben, dann sind wir die krassesten. Komm, bitte kommt kein Zug, bitte kommt kein Zug. Schaffen wir das sogar noch? Yo, wir haben es einfach geschafft. Wir sind vor 8 Uhr hier und laden unseren LKW auf. Ey, wenn sich das kein Like verdient hat, ne? So, Dirt, und ich sage euch, da passen über 100.000 Liter rein. Naja, was habe ich gesagt, Leute? Habt ihr mir geglaubt? Schreibt es in den Kommentaren. Alter, mein LKW packt es ja fast gar nicht, dieses Gewicht. Wir haben 8 Uhr 1 und wir fahren gerade schon. So, wir haben 8 Uhr 13 und wir sind gerade mal über die Brücke gefahren, wo es dann so langsam Richtung Abgabestelle geht. Leute, ich hoffe einfach nicht, dass uns hier ein Unfall passiert. Schaut mal, wie wir sich jetzt schwach tun. Oh mein Gott. Hä? Ja. Oh mein Gott. Warte mal. Ich tue mal nur diesen LKW weg. 53,3 Tonnen. Ne, 2 Tonnen. Alter, wie kann dieser LKW so tragen? Das ist sehr unrealistisch, ne? Und Leute, es ist immer noch ein Simulator. Das ist so realistisch wie möglich. Ja, aber zweifle ich mal, dass dieser LKW so... Ach komm, der tut sich ja eh so richtig schwer. Also müssen wir jetzt auch nicht so tun. Okay, aber dieser Ding hat auf jeden Fall 4 Achsen hier. Und wir schauen hier mal zu, wie das hier ausgekippt wird. Oh, ich sehe schon das Geld in meinen Augen. Alter, warum beladet der so langsam, aber tut abbeladen gefühlt tausend Milliarden mal schneller? Wir schaffen damit nicht mal eine Million? Ey, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Wir haben gerade nicht mal 50.000 komplett voll gemacht damit. Nicht mal 50.000. Naja, da fahre ich jetzt mal die zweite Lade holen. Und ja, da freut ich mich schon wieder. Leute, ich sehe es schon wieder, das Video wird Milliarden, Jahre lang dauern. So, erfolgreich aufgetragen. Wir haben jetzt wirklich die ganzen Dirt-Speicher hier drin. Ja, dazu würde ich jetzt erstmal nichts sagen. Ich glaube, von dem Geld kaufen wir uns erstmal einen neuen LKW, also einen Vierachser für solche Aufträge. Und ich sehe schon wieder die Schranken. Oh mein Gott, als ob. Okay, das ist wirklich gut und naja. Und die letzten 1.000 Dinger wurden verkauft. 6.000. Warte mal. Ich habe das Gefühl, dass wenn wir jetzt alles schon abgegeben, hätten wir mehr Geld gemacht. Aber nein. Leute, wir sind am Shop. Und wir kaufen uns jetzt noch den finalen LKW. King of the World. Schauen wir mal an, wie dieser Vierachser LKW jetzt aussieht. Äh, verpixelt. Aber. Oh oh. Naja. Aber nun gut, Leute, das war es jetzt beim Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne positive Bewertungen da. Abonniere den Kanal. Und was mit dieser ganzen Geschichte hier passiert, über den Bauhof, über Außenschelme, whatever, seht ihr im nächsten Video. Oh, ich kann hier die Spiegel. Oh, das ist cool.